Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir reisen heute mit euch in die Fährenregion Lara an der türkischen Rivera und schauen uns die Top 5 Hotels an. Links zu den Hotels mit aktuellen Angeboten findet ihr in der Videobeschreibung und außerdem haben wir wie immer Timestamps angelegt, damit ihr zu den einzelnen Hotels springen könnt. Die Fährenregion Lara an der türkischen Rivera ist ein Paradies für Urlauber. Mit ihrem schönen Sandstrand, klarem Wasser und luxuriösen Hotels ist sie ein Top-Ziel für Entspannung und Erholung. Der Flughafen Antaia liegt rund 20 Fahrminuten entfernt, weshalb der Transfer sehr angenehm ist. Das Zentrum Antaias liegt ebenfalls nur wenige Autominuten entfernt und ist mit seinem orientalischen Bazaar und historischen Sehenswürdigkeiten wie dem antiken Hadrianstor ein beliebtes Ziel für einen Tagesausflug. Eine gute Reisezeit ist zwischen Juni und Mitte Oktober. Das Concorde Deluxe Resort ist ein luxuriöses Fünf-Sterne-Hotel, das sich durch seine unmittelbare Lage am Meer ideal für einen entspannten Badeurlaub eignet. Die Architektur des Hauptgebäudes in Form einer Concorde stellt den Blickfang dar und gibt dem Hotel seinen Namen. Die Anlage ist knapp 70.000 Quadratmeter groß und besteht aus einem großen Poolbereich und einer Gartenlandschaft mit vielen sportlichen Angeboten, an die sich der hotelleigene Strand anschließt. Der Strand fällt flach ins Meer ab, sodass dem sicheren Badespaß der kleinen Urlauber nichts im Wege steht. Die mehr als 400 Zimmer des Hotels verteilen sich auf sieben Etagen. Zur Ausstattung aller Zimmer gehören ein Safe, eine Klimaanlage, ein Badezimmer mit Badewanne und ein privater Balkon. Neben Doppelzimmern gibt es die Möglichkeit zur Buchung eines Familienzimmers mit einem Doppelbett und einem Wohnraum mit zwei Schlafsofas. Noch mehr Platz für Familien bieten die Familiensuiten mit zwei Schlafzimmern und einem Wohnraum. Im Hauptrestaurant erwartet ein abwechslungsreiches Buffet zur jeder Mahlzeit. Ergänzt wird das kulinarische Angebot durch ein asiatisches, zwei türkische und ein italienisches à la carte Restaurant. Darüber hinaus bietet das Hotel ein Steak-Restaurant, ein Fisch-Restaurant und ein Restaurant mit klassischen Fastfood-Gerichten. Mehrere Bars, so zum Beispiel eine direkt am Strand gelingende Beachbar, bieten kleine Snacks für den kleinen Hunger zwischendurch. Im weitläufigen Garten des Hotels kann man Minigolf und Tennis spielen. Außerdem verfügt das Hotel über ein Game Center, das mit der Bowlingbahn und einem Bär-Tisch ebenso für gute Laune sorgt, wie das tägliche Animationsprogramm und das abendliche Showprogramm. Ein großes Angebot an Entspannungsmöglichkeiten bietet das Wellness Center. Es zählt zu den größten der ganzen Türkei und bietet neben individuellen Körperanwendung und Beautybehandlung eine Sauna, ein Dampfbad und ein Hallenbad. 98% Weiterempfehlungsrate und 5,8 von 6 Sternen bei rund 7800 bewerten lassen auf die Qualität des Hotels schließen. Das 5-Sterne-Hotel Lara Barut Collection ist 150 Hektar groß und gehört damit zu den größeren Hotelanlagen. Das Hotel ist grob genommen in vier Abschnitte aufgeteilt. Wohnen, Pool, Garten und Strand. Der Wohnbereich besteht aus mehreren Häusern mit unterschiedlichen Größen. Der große Hauptpool bietet viel Platz zum Schwimmen und zusätzlich gibt es einen Rutschenpark und einen kleinen Kinderpool. Der Garten ist sehr gepflegt und mit Liebe zum Detail gestaltet. Vor allem abends lädt der Garten zu einem Spaziergang durch die Anlage ein. Der hotelleigene Strandabschnitt bietet mit seinem feinen Sand viel Platz für Sonnenanbieter und ist mit kostenlosen Sonnenschirmen und Liegen ausgestattet. Direkt am Wasser ist der Sand leider etwas kieselig. Alle Zimmer sind modern gestaltet und bieten ein komfortables Urlaubserlebnis. Grundlegend sind die Zimmer in einem Wohn- und Schlafbereich und ein Badezimmer aufgeteilt. Zur Ausstattung gehören Klimaanlage, Minibar, TV, ein kostenloser Safe sowie viele Amenities. Zur Auswahl stehen sieben Kategorien. Angefangen von Deluxe-Zimmern als Standard-Doppelzimmer bis hin zur Penthouse-Suite für bis zu sechs Personen. Einige Zimmer bieten neben Meer- oder Poolblick eine Swim-Up-Terrasse. Die neuen à la carte Restaurants und das Hauptrestaurant bieten hervorragende Geschmäcker aus aller Weltküche, insbesondere aus der türkischen, italienischen, mediterranen und fernöstlichen Küche. Zwei Snacks-Restaurants und eine Patisserie, in der hausgemachte Köstlichkeiten serviert werden, bieten zwischendurch Häppchen für den kleinen Hunger. In sieben Bars bieten rund 200 Marken Getränkesorten eine riesige Auswahl für ein Urlaubserlebnis voller Geschmack. Für die Unterhaltung sowohl für Groß- als auch für die Kleingäste sorgt ein internationales Animationsteam tagsüber mit einem breiten Angebot an Aktivitäten, sportlichen Wettbewerben oder lustigen Spielen und am Abend gibt es ein abwechslungsreiches Showprogramm im Amphitheater. Neben zahlreichen Sportarten gibt es die Möglichkeit, einen Fitnessraum oder die Crossfit-Anlage zu nutzen. Im Gegensatz dazu lädt der Spa-Bereich zur Entspannungsanwendung und Beauty-Anwendung ein. Mit 98% Weiterempfehlungen und einer Bewertung von 5,8 von sechs Sternen wurde das Hotel mit einem Holiday Check Award ausgezeichnet. Das 5-Sterne-Hotel Delphine Imperial besteht aus einem neunstöckigen Hauptgebäude auf einem 54.000 Quadratmeter großen Areal mit einer Pool-Landschaft eingelassen in einen liebevollen angelegten Garten. An dem hotelleigenen Strandabschnitt stehen Sonnenliegen und Schirme kostenlos zur Verfügung. Das Hotel verfügt über 798 Zimmer in acht Kategorien, darunter Doppelzimmer, mehrere Arten von Familienzimmern, Lagunenzimmern und Suiten. Alle Zimmer verfügen über ein eigenes Bad sowie einen Wohn-Schlafbereich mit einem Balkon oder einer Terrasse. Eine Klimaanlage, ein kostenloser Safe, Minibar, TV, Haartrockner und weitere Amenities gehören zur Standardausstattung. Im Hauptrestaurant ist das Frühstück, Mittag- und Abendessen in Buffetform. Am Abend öffnen sich zudem die Türen der neuen à la carte Restaurants mit verschiedenen Ausrichtungen. Hier werden mexikanische, asiatische, griechische, italienische, spanische, maritime, japanische und türkische Speisen angeboten. An den verschiedenen Bars werden neben Getränken über den Tag verteilt verschiedene Snacks wie Waffeln, Kuchen, Gözleme und vieles mehr angeboten. Tagsüber werden durch das Animationsteam Sportturniere, Poolspiele und viele weitere Unterhaltungsangebote veranstaltet. Die Abendunterhaltung wird durch ein abwechslungsreiches Schulprogramm abgerundet. Kinder von 4 bis 12 Jahren können im Miniclub, am Kinderpool oder am Spielplatz einen unvergesslichen Urlaub erleben. Zudem steht eine Bowlingbahn und ein Game Room zur Verfügung. Das Wellnessangebot reicht von Kosmetikanwendungen über Massagen zu Saunen und einer Hammer. Neben dem bestens ausgestatteten Fitnesscenter können sportbegeisterte Sportarten wie Tennis, Aerobic, Gymnastik und viele Wassersportarten ausprobieren. Mit 97% Weiterempfehlungsrate und 5,7 von 6 Sternen durchschnittlicher Bewertung gehört das Hotel zu den besten an der türkischen Riviera. Das 5-Sterne-Hotel Liberty Lara befindet sich auf einem rund 30.000 Quadratmeter großen Areal mit einem Hauptgebäude, dem sich eine weitläufige Poollandschaft anschließt. Im Mittelpunkt steht das große Amphitheater als zentraler Ort der Unterhaltung. Zum hotelleigenen Strandabschnitt geht es entlang der Pools mit Rutschen und einer Bar. Am Strand befinden sich diverse kostenlose Liegen. Die 311 Zimmer sind komfortabel eingerichtet und verfügen über eine Minibar, einen Safe sowie einen Schreibtisch. Überdies zählen eine Klimaanlage, ein Telefon sowie ein Fernseher zur Basisausstattung. Im Badezimmer befinden sich Haartrockner, Badartikel und Hausschuhe. Zur Auswahl stehen Einzelzimmer, Doppelzimmer, Familienzimmer, Hochzeitsuiten, Dreibettzimmer, Duplexzimmer und Suiten. Das Hotel bietet all-inclusive Versorgung als Verpflegungsoption mit einer reichhaltigen Auswahl an. Neben einem Hauptrestaurant stehen tagsüber zwei Snackbars und am Abend drei à la carte Restaurants zur Verfügung. Das Angebot reicht von international gehaltenen Speisen bis zu türkischen, italienischen und maritämen Spezialitäten. An fünf Bars werden durstlöschende Kaltgetränke, leckere Cocktails und entspannende Warmgetränke angeboten. Ein Animationsteam sorgt täglich für Unterhaltung mit Spielen und sportlichen Wettbewerben. Die Kinderfreundlichkeit des Hotels spiegelt sich in einem Kinderspielplatz und im Kinderspielzimmer wieder. Zusätzlich zählt eine Kinderbetreuung im Mini-Club zum Angebot für Familien. Im Wellnessbereich können ein Fitnesscenter, eine Sauna und eine Hammer besucht werden. Der Beautybereich bietet Massagen und Beautybehandlungen an. Für Tischtennis, Billard, Dart und Tennis stehen Schläger und Bälle zur freien Verfügung. Zusätzlich kann man in der näheren Umgebung externe Angebote für Wassersport jeglicher Art wahrnehmen. Am Abend gibt es ein abwechslungsreiches Showprogramm und mit einem Besuch der Diskothek oder der Karaoke Bar wird der Urlaubstag abgerundet. Im ganzen Hotel ist das WLAN kostenfrei nutzbar. Mit 96% Weiterempfehlung und 5,7 von 6 Sternen in der Bewertung zählt das Hotel zu den besten in Lara. Bevor wir zu unserem letzten Hotel der Top 5 kommen, wollen wir von euch wissen, welches euer Lieblingshotel ist. Schreibt uns eure Meinung unten in die Kommentare und gebt dem Video ein Like, wenn es euch gefällt. Abonniert auch gerne den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine neuen Videos mehr zu verpassen und neue Reiseziele kennenzulernen. Das 5 Sterne Delfin Palace Hotel ist mit knapp 40 Hektar vergleichsweise klein. Im Zentrum steht die großzüge Poollandschaft, die auf der einen Seite von dem Hauptgebäude und auf der anderen von einem kleinen Garten begrenzt wird. Hier befinden sich das Amphitheater und der überschaubare Rutschenpark. An den Garten grenzt der hotelleigene Strandabschnitt. Alle Zimmer befinden sich in dem achtstöckigen Hotelgebäude. Dazu gehören 487 Standardzimmer, 40 Familienzimmer, 24 Junior Suiten und 6 behindertengerechte Zimmer. Die Zimmer sind zwischen 28 bis 45 Quadratmeter groß und verfügen größtenteils über einen zumindest seitlichen Mehrblick. Neben dem Hauptrestaurant mit einer großen Auswahl an Speisen im Buffetformen, bieten sieben à la carte Restaurants für kulinarische Ausflüge in die unterschiedlichsten Küchen der Welt. Acht Bars sorgen über den Tag verteilt über eine ausreichende Flüssigkeitstufe mit alkoholischen und nicht-alkoholischen Getränken aus aller Welt. Das Animationsteam sorgt tagsüber mit Sportturnieren und Poolspielen für gute Laune. Am Abend werden Revue-Shows, Sketch- und Animationsshows und gelegentlich Live-Musik dargeboten. Die kleinen Gäste kommen entweder im Mini-Club oder im Game-Room auf ihre Kosten. Das Bar-Center sorgt für die nötige Entspannung mit einer Massage oder einem Besuch der Hammam, während Sport-Junkies sich im Fitnesscenter oder bei sämtlichen Sportarten ausbauen können. Bei knapp 9400 Bewertungen erhält das Hotel 5,8 von 6 Sterne. 98% empfehlen das Hotel zudem weiter. Für mehr Informationen findet ihr die Links zu den Hotels in der Videobeschreibung. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und würden uns über ein Like freuen und außerdem solltet ihr den Kanal unbedingt abonnieren, um keine neuen Videos und Reiseinspirationen mehr zu verpassen. Hier haben wir euch noch weitere Videos herausgesucht, die euch interessieren könnten und auf unserer Homepage findet ihr viele weitere Inspirationen und wertvolle Reisetipps. Wir wünschen euch viel Spaß und erholsame Tage bei eurem nächsten Urlaub und sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin sonnige Grüße und ciao ciao!